Moin! Bevor ich euch jetzt über das Gameplay beschreibt und bevor das Video losgeht, wollte ich ganz kurz sagen, dass ich jetzt kein anderes Gameplay hatte und deswegen jetzt so ein Fortnite Mobile Gameplay genommen habe. Sollte auf dem Kanal hier sicherlich ein Einzelfall bleiben. Jetzt geht's los mit dem Video. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ihr merkt, bin ich gar nicht Linus. Hm, wer könnte ich denn dann sein? Richtig, John. Ihr solltet mich bestimmt alle kennen. Ich bin in sehr vielen von Linus Videos auf jeden Fall dabei. Heute möchte ich euch ein bisschen darüber informieren, warum jetzt gerade so wenige, beziehungsweise momentan gar keine Videos auf dem Kanal kommen. Weil ich da mit dran schuld bin, würde ich behaupten. Zwar hatten wir ja schon lange vor zwei Monaten den CMD-Server fertiggestellt, in der 1.12 damals noch. Und da hatte ich Linus versprochen, in den Sommerferien bin ich weg, aber nach den Sommerferien bin ich wieder da und da können wir das auf jeden Fall machen. Jetzt sind die Sommerferien bei mir schon seit einer Woche vorbei und ich bin jetzt in der Oberstufe und ich kann sagen, es ist so viel stressiger, als ich es gedacht hätte. Und ja, deswegen wird der CMD-Server doch erst später kommen. Aber dafür kommt ein anderes Projekt in der Zwischenzeit und was das ist, möchte ich euch kurz erklären. Und zwar habe ich eine Art Baukasten gemacht, mit dem man sehr, sehr einfach Animationen mit 20 FPS in der 1.13 erstellen kann. Ich habe da auch mal eine erstellt und die möchte ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. So, und jetzt schätzt man mit diesem Baukasten, wie viele Commands diese einigermaßen komplexe Animationen benötigt. Also rein nur die Animationen, schätzt man bitte in den Kommentaren, ihr habt jetzt 5 Sekunden Zeit. Ja, die Antwort ist 69. Mehr ist das nicht. Das ist wirklich extrem cool, was man damit machen kann. Und ja, Linus hat dann sozusagen eine Story, die er mit diesem Animationsbaukasten umsetzen will und auch machen wird. Und das wird er eben in einem kleinen Projekt machen. Die erste Folge davon kommt nächste Woche Mittwoch online, also am 22. August 2018. Ja, da wird die erste Folge davon online kommen. Wie genau dieser Baukasten funktioniert, das wird durch Linus da sicherlich auch nochmal erklären. Und ich denke mal, wenn das Projekt fertig ist oder auch noch ein bisschen früher oder ein bisschen später, wird es diesen Baukasten dann auch zum Download geben, sodass ihr alle sowas machen könnt. Sehr, sehr einfach. Gut, das war's schon, würde ich sagen. Ihr könnt gerne auch meinen Kanal abonnieren, Fan von Felsen. Der Link ist bestimmt in der Beschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, war's das soweit. Ich würde sagen, wenn ihr das nächste Mal einschaltet, könnt ihr wieder Linus Stimme hören. Gewohnt. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht auf meinem Kanal, vielleicht auch nicht. Und ciao. Wie geht's dir denn? Vielen Dank.